Giovannis Trading Chancen am Dienstag, 25. Juni. Der DAX schwächelt ein wenig. Ich habe natürlich den DAX Ausblick für euch vorbereitet. Dann dazu noch etwas zu den Devisen und natürlich die ein oder andere Aktie auf der Watch. Seid dabei und schaut euch das vollständige Video an, in dem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.